Herzlich Willkommen Leute auf meinem Kanal. Heute mal schauen, ob ich auch wieder gewinne in dem Spiel Cash Quest. Ob es da eine Fortsetzung gibt von der guten Phase. Diesmal allerdings auf 40 Cent ein paar Freispiele kaufen. Wollen wir mal sehen, wie das Ding so läuft. So, das ist allerdings für 47 Euro. So, schauen wir mal. Starkes Spiel mit den Büchern. Ok, Gas muss das Ding mal an. Ok. Mal schauen. Müssen wir jetzt erstmal über 40 Euro reindrehen, um da irgendwie weiterzukommen. Übrigens sollte nicht vergessen mal in unsere WhatsApp Gruppe reinzuschauen von Moneymaker 84 und mehr. Die WhatsApp Gruppe wird unten angepinnt in den Kommentaren. Schaut einfach mal rein, klickt auf den Link drauf und da erfährt ihr auch, wo wir dann zocken. Ok, was haben wir da oben? Schinken mal 24. Oh, oh, ist von 40 rausgetan. Schön. Leckerchen. Spiel ist einfach geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne jetzt kein vergleichbares Spiel von dem Gewinn her. Ist schon heftig. Ich glaube, nochmal hier Phasen, wo es nicht so unbedingt läuft, aber sehr interessantes Spiel. Oh, was ist denn Start, Leute? Noch 6 Freispiele, kann einiges passieren. 1,40 Euro schon auf dem Tacho drauf. 1,40 Euro. Noch ein Buch dazu. Aha. Oh, ja, nun das ist ein bisschen dünn. 2,30 Euro. 1,40 Euro, 12 Euro. Oder 12 Euro. 3,30 Euro. Oh. 7 Euro. Lebensstiefel. Au. Seht ihr oben, mal 100 Euro Stiefel. Das wäre natürlich der Hammer. dankacht hat richtig ein freispiel noch schade sah ein bisschen vielversprechend aus aber egal drehe ich direkt noch mal nach kommen noch mal ein paar freispiele ein für 47 euro 60 kaufen wir ein ok die müssen natürlich erst mal eingedreht werden ja das geht manchmal ziemlich schnell klappt nicht immer aber klappt sehr oft sagen wir mal so ich hoffe mal wie gesagt zwischen sieben und zehn mal ein wenn es dann nicht geht drehe ich ein paar mal nach und dann ist sie oder ich habe sofort einen richtigen knaller drin habe ich sofort auf das heißt sofort dann drehe ich ein paar mal nach da oben mal 100 auch nicht schlecht der toten kopf noch sieben freispieler auch nicht so interessant das schwert reingesetzt gerade jetzt sind tor und kopf auch noch mal hinterher und noch sechs freispiele dann wird passieren und das buch noch da zwischendurch kommt nicht ein freispiel noch naja kann mal passieren aber die reise geht direkt weiter 40 cent einsatzleute und ran an die marie ja ich hoffe der eine oder andere wird auch glück gehabt haben und selektiert sich da auch selber seinen einen spieler aus man kann nicht alle spielen muss ich auch dabei sagen es kann auch wenige spielern auch man sollte auch nicht alle spielen das was nicht läuft würde ich direkt so nach viertelstunden 20 minuten ausselektieren bringt wirklich nichts leute noch acht freispiele sucht für euch immer den besten wert raus das beste spiel den besten einsatz man braucht nicht unbedingt hier hoch spielen um zu gewinnen absoluter quatsch man kann es auch mit kleinen einsätzen versuchen mit freispiele kaufen probiert das einfach aus und jeder findet da schon seinen richtigen wert und wenn ich euch manchmal so sage hier einige spielte die kann man direkt in der tonne kloppen dann könnt ihr mir das ruhig glauben sonst würde ich die dann selber immer regelmäßig spielen ich habe auch keinen Bock auf eine Arschrasur wer will nicht gewinnen ich bin sofort oben auf dem tapet was ein gewinne was ein punch hammer geil es geht weiter das ist kein zufall das spiel ist schon geil echt cash quest heißt das spiel auf 40 cent und dann noch 5 freispiele drauf so eine ladung 203 euro ich bin jetzt mit 47 euro reingegangen ja habe jetzt 160 schon plus drauf ich meine was soll ich was kann man da noch mehr sagen noch 3 freispiele was ein geiles spiel einfach nur nice aber ich glaube jetzt wird da wohl so ein bisschen ausgelutscht sein was eine rutsche ey ihr seht ja selber was kann man in den spielhandeln noch gewinnen mit 40 cent einsatz 200 euro also da muss ich ganz ehrlich sagen in der letzten zeit habe ich da gar nichts in der form gesehen so jetzt dreh ich da nochmal nach mal schauen wir mal reicht mir schon wieder scheiß fort drauf was kann ich 650 gestartet irgendwie oh 40er nach aha sieht auch ganz gut aus 40er bin ich schon drin heißt im grunde genommen noch 9 freispiele könnte ich mir noch ein 100er zusammen rutschen das ding ist scheiß wie eine bratwurst das hat sich ganz um den richtigen multiplikator mal 100 da gibt es da gehen natürlich sofort im laden die lampen aus wenn die dinge rein fliegt die pelücken sind scheiße noch 9 freispiele leute das ding ist immer noch am drehen wie die Pest hat sich gelohnt klasse start danach werde ich auch feiern machen was will ich noch mehr das ist das was ich meinte wenn die freispiele laufen mit dem kauf dann kann man auch direkt weiß ich nicht danach kann man ein zwei mal nachdrehen und dann ist gut dann tschüss raus raus aus dem game was soll da noch passieren meint ihr ihr könnt ja noch 3.000,4.000 gewinnen alles kokolores habt ihr 150,200 Euro plus schönen Tag noch ja noch weiter die Rutsche die Rutsche geht noch weiter Leute 65 schlappen drauf zwar nicht so viel gewinnen jetzt aber kann auch passieren mal 25 wieder der stinkstiefel da drum das wird ein bisschen ruhiger aber immerhin 47 Euro eingesetzt 71 schon wieder drauf und noch 3 freispiele ist doch geil ist doch Affentäten geil oh der wird nix das hier kommen wir nicht gut genug oh oh 16 Reihen nochmal zwischendurch schön super bin absolut zufrieden noch 2 freispiele Leute es ist noch nicht das Limit hier erreicht so wie es aussieht ja Leute dann komme ich jetzt aber langsam zum Schluss war für mich sehr interessant eine interessante Erfahrung ein neues Spiel kennenzulernen was wirklich sehr sehr interessant ist auch von der von der Austragquote her vielleicht nur ein Zufall keiner weiß es ich weiß es auch nicht ich werde auf jeden Fall dranbleiben ich werde euch auf dem Laufenden halten und ja 94 Euro 46 47 Euro 40 glaube ich weil das riskiert reicht mir vollkommen aus Leute bleibt dran und nicht vergessen zu abonnieren zu liken wenn ihr weiter diesen Scheiß sehen wollt von mir und ich hoffe der eine oder andere hat mein Glück nicht vergessen um an die WhatsApp Gruppe reinzuschauen vom Moneymaker 84 und mehr dort könnt ihr uns persönlich ansprechen wo wir zocken oder wie auch immer alles Gute Leute immer schön sauber unten rumbleiben Tschüssikowski 1 3 5 6 6 8 8 8 9 9 8 9